Eine steile Karriere Berit möchte im Job vorankommen und schreckt dabei auch nicht vor Grenzen zurück. Den Pinkel- und Strumpfhosenfetisch, der ihrem Vorgesetzten im Flurfunk nachgesagt wird, weiß sie für ihre Beförderung raffiniert einzusetzen. Wobei die Nassen Nylons auch bei ihr für überquellende Lust sorgen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage